Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Hot Online Farm. So, wir starten, formen wir mal das Getreide, formen wir mal aus, halt stopp, die Welt 58 nicht. Rufsino, Mensch, was ist denn du lang, du, machen, ich hasse die Bäume. Ich bin da jetzt schon wieder. Ich bin da jetzt schon wieder. Ich kann jetzt selber formen. So, ein Klümmschuh, uhu. So, ein Klümmschuh. So, fahren wir mal hier mit dem Pressen weiter. So, jetzt ist es jetzt ein Klümmschuh. Jetzt bin ich bloß am Überlegen, ob ich ein großes Ballenlager hinsetze oder ein kleines Ballenlager. Jetzt sind wir noch Fragen über Fragen. So, jetzt ist es ein Klümmschuh. 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 So, weiter geht's. Ups, der hat hier okkultig hingelegt, der Ballen, aber egal. So, der aber erwischt, naja, so scheiß Ballen. Und dann kommen wir hoch hier 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen haben wir noch nach der. Den haben wir fertig gepresst. Ich habe vorhin gerade gesehen, bei der Wiese haben wir noch eine kleine Ecke, die wir noch nachpressen müssen. Kann ich nicht so liegen lassen. Beim besten Willen nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, dann haben wir noch drei. Dann gucken wir auch mal, was die meiste Kohle bringt. Ein Seegut. So, drei Bahn noch. Los geht's hier. Und das Pressen endlich beendet in Seegut wie. So, dann geht's hier. So, let's step on. So, let's go. So, let's go. So, 5% noch. So, jetzt muss ich das mal angucken. Hier unten Zwecks. So, jetzt muss ich das mal angucken. Ne, wirklich. Wohl, ich würde jetzt zusammenziehen. Wenn es einen Rest nicht auf, dann kriegen wir einen zusammen. So. So. Oh, schon mal ein Achtelballen. Den Achtelballen hätten wir ja schon mal. Die rosen Stücke. Schon mal ein Viertelballen. So. 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 Die Kurve macht dann immer so sauber. Das liegt eher am Frontenmähwerk. Wir haben fast einen halben Ball im Jahr. Wer nimmt das nicht mit? Wollt ihr das Ding nicht haben, nicht zugesagt oder was? Ich wünsche mir noch die Sonderbaursachenmaschine. Auch schon 2.000. Halben Ballen. 54%. Naja. Die Pressestellung erstmal hier hin. Sammeln wir erstmal Stroh ein. Da sieht ein großes Ball noch gerade aus. Zack. Die Pressestellung. Das hat ja 126 ein großes. Das hat. Äh. So. Nennt sich für 20. die Sonderbaursachen. So. Die Sonderbaursachen. Die Sonderbaursachen. Die Sonderbaursachen. Kann nicht platziert werden. Ist das nicht eingestellt? komisch so gehen wir auf 1, haben wir hier drinnen paletten die straße wollen aber doch hier sind einige rüber gerollt und sagen wir jetzt mal schnell ein gefahren so, also hier braucht man ja eigentlich nur noch Ich sammle erstmal alles ein. Ich habe hier irgendwas drin. Ich habe ein Herz aufgesammelt. Wenn da ein Ballen drin lag. Ich sehe jetzt gerade den Plederast. Ich sehe jetzt die Plederast. Das Nest ist jetzt auseinander. Stroh brauchen wir alle zu schnell und öfter. Das machen wir ganz einfach. Der Weg geht hier so lang. Und ein großes Strohlager machen wir. Und ein großes Strohlager machen wir. Und ein großes Strohlager machen wir. Da drehen wir sich schon ein Mensch gerade. Hier werden wir das hin passen. Hier werden wir den Baum setzen. Ich habe die Kamera und die Kamera zu drehen. Ich habe keine Ballen da rein und zwiggeln. Ich habe blöde Bomben im Weg. Wie ist das? Die großen sind nicht praktikabel. Die großen bringen Skorne. Und Ballenstroh. Oder die Einloggungsfläche. Das Interesse sollte ich das ausloggen. So. Gucken ob ihr ins Reich sind. Bis zum nächsten Mal. Ich bin hier da rein, oder? Ich bin hier da rein, oder? Vorne nimmt das raus, setze ich die so nebeneinander dann. Hier machen wir den Isillagerlager hin. Und so einfach, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder am folgenden Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne die Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, fuck, euer Jaso.